kleine anekdote noch gestern bin ich mit sigurd nach moschön gefahren das ist 160 kilometer entfernt man fährt zweieinhalb stunden es geht über einen pass durch einen sechs kilometer langen tunnel dort gibt es ein oder mehrere supermärkte und unter anderem bild thema das ist ein großer ausrüster für camping freizeitwerkstätte und so weiter und dort haben wir diese sechs dieselkanister 20 liter bekommen die uns dann 120 liter diesel gleich 240 stunden heizung für spitzbergen liefern werden der tank selber hat 40 liter also haben wir 320 stunden heizung das müsste reichen sigurd wollte selber dorthin fahren er hat zwei pumpen gekauft war nicht viel also ich habe den eindruck dass er im wesentlichen mir zuliebe dahin gefahren ist aber er hat sich auch was besorgt die leute sind unglaublich hier